Ahahahahaha! Hä? Warst du das? Uhuhuhu! Erlaubt sich hier jemand einen Spaß mit mir? Peter! Komm raus, das ist nicht witzig. Ah! Ein Verflucht! Stimmt, da war ja was. Verflucht an Weihnachten. Quasi der Weihnachtsfluch. Hier muss doch was drinstehen. Ah, hier. Das könnte die Lösung sein. Die Hexe hat Geschwister. Der Plan ist einfach. Ich gehe zu ihnen hin. Und sie nehmen den Fluch von mir. Was da alles drin ist, weiß ich gar nicht mehr. Den Fisch noch? Lasst uns das zusammen angehen. Sonst ist Weihnachten für mich verloren. Schon wieder. Die Rache der Hexe. Echt jetzt? 24 Flüche bis Weihnachten. Oh! Der Adventskalender des Brickboards. Der Adventskalender des Brickboards. Der Adventskalender des Brickes. Vielen Dank.